Hi, hier ist wieder Chris von ChrisR Videos und zwar werde ich euch hier in diesem Tutorial mal zeigen, wie man so einen Reinigungsplan erstellen kann. Wenn man zum Beispiel in einem Mietshaus wohnt, so wie ich, wo sieben Parteien sind, da muss halt jeder mal 14 Tage draußen ein bisschen schrubben. Und ja, um den Überblick halt zu behalten oder um für alle hier mal so einen Plan zu erstellen, weil die Hausverwaltung da mal wieder ein bisschen faul ist, was das Thema angeht. Ja, mache ich das jetzt und zeige euch halt, wie das funktioniert. Egal, ob ihr das jetzt mit Excel macht oder OpenOffice Kalt, das funktioniert bei beiden Programmen und ich werde das auch etwas flexibler gestalten. Und deswegen fangen wir hier oben an, einfach mal reinzuschreiben Anzahl Tage, damit wir halt so flexibel sind. Weil einige machen das vielleicht 14-tägig, manche müssen das vielleicht einen ganzen Monat machen oder 30 Tage oder wie auch immer. Und wir machen das jetzt so, dass wir die Anzahl der Tage halt hier oben bestimmen können und der Rest wird dann entsprechend berechnet. Gehen wir mal davon aus, um das jetzt auch gleich mal zu testen. Wir machen erstmal nur einen Tag und danach kommen natürlich dann die einzelnen Mieter. Ich schreibe jetzt einfach mal hier Namen hin und dann fangen wir mal an, einfach nur Person 1. Ihr könnt ja richtigen Namen hinschreiben und ich kopiere mal das einfach hier, indem ich hier die Zelle anklicke und über den Anfasser das Ganze hier runterziehe. Und ihr seht ja an dem kleinen Textfeld, wo ich mich jetzt befinde. Und ich sagte ja, bei mir sind es sieben Parteien. Ihr müsst das vielleicht ein bisschen weiter runterziehen oder eben weiter oben aufhören. Danach kommt natürlich eine Spalte von, also das heißt, wann man damit anfängt und daneben halt bis. So, wir machen das natürlich gleich so, dass das ja nicht nur diese paar Dinger hier sind, sondern das geht hier hinten noch weiter, damit wir halt ja wesentlich mehr Daten erhalten. Gehen wir mal davon aus, oder gehen wir mal davon aus, dass wir hier mal den Anfangstag eintragen. Ich wähle jetzt einfach mal nur so den 1.1.2015. Und daneben soll ja automatisch halt berechnet werden, wie viele Tage. Und das ist auch super einfach. Wir werden jetzt in der Zelle ein Gleichheitszeichen eintragen, um die Funktion auszulösen. Klicken hier mit der linken Maustaste in dieses Feld von, also B5 bei mir. Und dann einfach nur ein Pluszeichen. Und dann gehen wir hier auf Anzahl Tage, also auf B2, auf die Zahl 1. Wichtig ist, wenn wir die angeklickt haben, dass wir jetzt noch die F4-Taste bei Excel und die Shift-F4-Taste bei OpenOffice Kalk drücken, damit daraus ein absoluter Bezug wird. Ihr seht dann auch hier die Dollarzeichen, bei wem das jetzt nicht geklappt hat, der sollte dann seine B2 markieren und dann die Dollarzeichen dann selbst mit eintragen, also Dollar B, Dollar 2, damit beim Kopieren halt dieser Wert immer wirklich genommen wird, also ein absoluter Bezug. Und die B5 halt ohne Dollarzeichen, damit das beim Kopieren automatisch an die Zelle angepasst wird. Wenn wir das haben, müssen wir allerdings trotzdem noch nach, also danach ein Minus 1 eintragen, damit das überhaupt aufgeht. Wir drücken jetzt Enter und dann sehen wir vom 1.1. bis 1.1., weil das ist ja nur ein einziger Tag. Bei der zweiten Partei ist das auch super einfach. Im Prinzip werden wir auch wieder in dieser Zelle hier ein Gleichheitszeichen eingeben und dann müssen wir Bezug auf diese Zelle nehmen. Das heißt, wir markieren uns diese Zelle und im Grunde genommen, ist ja logisch, müssen wir am nächsten Tag dann da anfangen oder die Person muss am nächsten Tag anfangen. Also geben wir nur eine plus 1 ein. Der fängt jetzt am zweiten an und im Grunde genommen ist das jetzt schon super einfach, weil wir können diese Zelle hier schon bis nach unten markieren. Nicht wundern, dass jetzt hier falsche Werte stehen, weil hier noch nichts steht. Und dann müssen wir nur diese Zelle hier markieren und über den Anfasser ebenfalls hier runter kopieren. Automatisch hat sich das gerade geändert, wie ihr seht. Und wenn wir jetzt das vergleichen, einfach nur zum Testen hier. Wir haben ja hier die 1, der erste, ein Tag, der nächste, der nächste, der nächste und so weiter. Und das geht von der Berechnung her auf. Würden wir jetzt hier zum Beispiel eine 2 eintragen, dann sind das immer zwei Tage. Am nächsten Tag kommt die Partei wieder für zwei Tage und das geht genauso auf. Und das kann man halt durchspielen für so viele Tage, wie man braucht. So, da das ja nicht reicht, also man kann sich das jetzt super einfach machen, indem man im Grunde genommen nur das hier jetzt kopiert und hier unten wieder einfügt und wieder einfügt. Vor allen Dingen, wenn ihr hier die Namen schon eingetragen habt. Aber mir gefällt sowas nicht. Ich möchte das jetzt hier rechts daneben haben, dass das weiter berechnet wird. Und dafür müssen wir natürlich das ein bisschen anpassen. Und zwar ist das ja so, wir haben ja diese Zelle jetzt. Und im Grunde genommen ist das ja auch super einfach. Die letzte Person hier hat am 8.4. aufgehört. Das heißt, ich markiere mir diese Zelle, gebe hier ein Gleichheitszeichen ein, wähle mir diese Zelle aus und sage einfach nur plus 1. Drücke Enter und dann ist ja klar, am 8.4. hat er aufgehört. Dann sind wir wieder dran. Und jetzt, auch super simpel, nehmen wir einfach hier diese Zelle mit STRG-C und kopieren uns die hier hin mit STRG-V. Und wenn wir hier wieder eine 1 eintragen zum Testen, dann sehen wir vom 8.1. bis 8.1. Das haut genau hin. Und echt cool. Wir brauchen uns jetzt nur den unteren Bereich hier markieren mit STRG-C und STRG-V. Und fügen das hier ein. Und ihr seht, das wird automatisch hier angepasst. Und jetzt können wir immer so weitermachen, aber achtet darauf, wir haben ja hier eine Spalte freigelassen. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich auch wieder, wenn wir das alles jetzt kopieren, weil wir haben ja jetzt einmal alles korrekt eingetragen mit den Formeln. Wenn wir das jetzt hier alles markieren, mit STRG-C kopieren, dann wieder eine Spalte freilassen, hier markieren, STRG-V und dann geht das immer so weiter. Jetzt könnt ihr im Grunde genommen hier weitermachen, soweit ihr das braucht. Total simpel und Formatierung lasse ich jetzt einfach mal weg. Ihr seht ja, er nimmt immer wieder Bezug auf die Zelle hier unten. Das heißt, ihr könnt hier weiter kopieren und weiter kopieren und habt dann immer die korrekte Angabe der Daten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt überhaupt noch erkennt. Und um jetzt zum Beispiel alles mal gleichmäßig hier so zu formatieren von den Spalten hier, markiert euch das jetzt einfach. Und da müsst ihr nur mit der STRG-Taste immer auf diese Spalte klicken, die jetzt leer ist. Und dann nehmt ihr den Anfasser, zieht das ein bisschen zusammen und dann passen sich alle gleich ein bisschen an. Ich mache das mal ein bisschen größer, als man das sieht. Und um das jetzt nochmal zu kontrollieren, ob das stimmt, was ich jetzt gemacht habe. Wir haben ja, wir geben jetzt mal hier die 2 ein. Vom 13. bis 14. 15. bis 16. 28. 29. 30. Und so weiter. Also das funktioniert, wie ihr seht. Und jetzt können wir auch höhere Zahlen eintragen. Nehmen wir mal 14-tägig und dann kann man das ja nochmal kontrollieren. Meinetwegen auf dem Kalender, falls ihr ja schon mal Daten hattet. Also ich mache sowas gerne, dass ich, wenn ich eine Formel erstellt habe und nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob das wirklich stimmt, dann nehme ich mir nochmal den Kalender, prüfe nur ein paar Daten durch, ganz kurz. Und wenn ich sehe, dass das aufgeht, dann kann man ja sicher sein, dass der Rest halt auch genauso funktioniert. So, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, die Formatierung ist ja bei Excel und OpenOffice ein wenig anders. Deswegen geht das hier rein nur um die Formel-Erstellung und ich denke, das ist jetzt damit auch abgeschlossen. Ich hoffe, den einen oder anderen hat das ein wenig geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen und klar, über positives Feedback freue ich mich besonders und natürlich auch über Abos. Und wer weiß, vielleicht sehe ich euch bei weiteren Tutorials von mir. Bis dahin. Ciao.